Wir probieren jetzt mal ein New Map Pack. Ist ja von uns, ne? Das könnten wir jetzt öffnen. Aber wir probieren nochmal Escape the Lab bei Xero. Probieren jetzt einfach mal. Ich starte bitte. Infinite Leben. Das ist schön. Das ist schön. Okay, also erstmal sowas Einfaches. Ist verständlich. Und dann sowas schweres. Verständlich. Aber wieso ist der Pfeil nach links? Ist hier der Ausgang oder so? Nö, cool. Ähm, aber das verstehst du jetzt bitte zu nicht. Das verstehst du jetzt wirklich nicht. Ähm, da müsst ihr mir mal bitte... Ah! Aber... Boss bringt mir das. Ah, okay, gut. Das hat doch so geklappt, wie ich gedacht hab. Also wir spielen... Der Titel wird heißen... Map Pack zu Ende von Dingens, aber... Halt ein neues Map Pack. Hier ist von... Bei Xero. Oh, okay. Wir haben es hier noch reingeschafft. Also Xero... Das sind auch ganz gute Level eigentlich. So am Anfang sowas ganz leichtes. Aber... Achso, okay. Am Anfang noch was ganz leichtes und dann... So ein bisschen anspruchsvoller ist ja ganz okay. Ist doch ganz okay. Das war jetzt nicht schlecht hier so die... Diese... Diese Ausgang und so, ne? Mit diesen zwei. Also... Xero? Nicht schlecht, nicht schlecht. Gucken wir mal, wie viel Level das hat. Also 20 Minuten lang wird der Part schon sein, hoffentlich. Und... aber mehr auch nicht. Ich sehe schon, was ich machen muss. Ein guter Portal-Spieler sieht das. Mann! Das ist schwieriger, als es aussieht, Leute. Ah, okay, gut. Jetzt hat es geklappt. Ja, cool. Vielleicht habe ich ja irgendwas anderes... Irgendwas... 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 Das ist doch für ne Kölle. Ähm, bäm, 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 bäm. Probieren wir mal aus ob ich das so hinkriege? Ganz dumme Idee! Ja, sag ich doch. Ganz dumme Idee. Aber ey, wir stoppen hier. Das ist immer geil. Ich hab wieder ne Idee. Ich probier's jetzt nochmal. Ja, wir kommen hier ran. Okay, gut. Das ist schön. Hallo? Wo ist denn das? Ach, ich kann doch nicht durchschießen. Ah, okay. Achtung, mach ich's hier. Kubus, komm her zu Mama. Okay, zu Papa halt. Ja, Leute. Tut mir leid. Ähm, wie bitte? Wie bitte? Ich seh hier, ich weiß ja nicht, wo ich... Ach, ich bin ja wieder dämlich hier. Ja, komm zu Papa und dann lass uns gehen hier. So. Au. 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 Das ist jetzt eine kleine Verarsche von euren Demisai. Ich hatte keinen Bock, dort irgendwie nochmal lang zu gehen, deswegen. Aber es ist auch schon ein bisschen tricky, wenn man hier so das machen muss, hier. Es ist schon ein bisschen tricky. Schon ein bisschen gemein, ne? Ja. Bin ich ein bisschen gemein? Ja. Hm. Drück auf den Schalter! Geht doch. Geht doch. Oh, was mach ich denn schon wieder? Ich bin schon wieder hier. Okay, wie mach ich das jetzt? Was mache ich denn? LOL. Moral. primeiro mal so zum Taylen, ne? Schon Taylen. Also... ähm... Ja, ich hab schon ne Vermutung, wie ich das gemacht hab, aber... ... dass das so einfach wird, ich wollte eigentlich mitten in der Luft loslassen, damit das Ding noch davor blockiert wird... ... blockiert wird... Okay, dann... ... muss ich aber erst mal den... äh... den Laser-Strawl ausmachen... Ja, wie soll ich denn das machen? Wie willst du mich jetzt vereiern? Ja, cool, ich mach das jetzt auf, schön... ... schön... wie... wie soll ich jetzt... ... ja, okay, gut... wieder nur durch solche... Buchs... Was bringen wir das jetzt? Ich kann jetzt da ein Portal machen, schön... ... ähm... ... ja, dann hab ich dort ein Portal... ... und was dann? ... dann hab ich hier ein Portal... ... ne... ... setz ich's mal hin... ... und dann kann ich... ... das so ein Bild frei rumschweben lassen... ... ja, und... ... was soll mir das jetzt so großartiges bringen? Ich bin ja wahrscheinlich will, dass ich hier irgendwas mache, aber... ... ich weiß nicht, was mir das bringen soll... ... so, jetzt hab ich da auch noch ein... ... schön... ... wie soll ich zum Himmel dort hochkommen? Ich will in den Himmel... wie soll ich mal hochkommen? ... ähm... ... ja, tut mir leid, Leute, ich seh's nicht... ... wenn ich... ... wenn ich... ... äh... ... die Videos angucke, aber... ... ich gucke das Video grad nicht an... ... ich spiel ja an das Spiel... ... ja, ich hätte jetzt noch ne andere Vermutung... ... aber ich weiß jetzt nicht, was ich... ... ob das jetzt sinnvoll ist... ... ich probier's jetzt einfach mal... ... ja... ... ne, ist nicht sinnvoll... ... oder? ... warte mal... ... so... ... so... ... und jetzt mal gucken, was passiert hier... ... wird dann alles mit Dingens... ... ich kann ja da mal probieren mit Speed... ... deswegen, ne... ... so... ... natürlich hab ich das Portal falsch gesetzt... ... nein... ... oh... ... ja, tut mir leid, aber ich versteh's jetzt nicht... ... ich versteh's jetzt wirklich nicht... ... ich versteh's nicht... ... ich versteh's nicht... ... ich versteh's nicht... ... ah ne, was mach ich denn? ... na, na, na... ... ja, wenn ich das jetzt nicht verstehe... ... hab ich glaube ich keinen Walkthrough... ... der mir dann helfen kann, ne... ... nur mal so zur Info... ... da muss ich sagen, ja, tut mir leid... ... Xero, wenn ich das irgendwie mal sehe... ... was ich hier falsch gemacht hab... ... ich drück überhaupt keine Taste, ne... ... also... ... oh, ich hab wirklich nicht draus gelernt... ... ich hab wirklich nicht draus gelernt... ... die R-Taste einfach mal in Ruhe lassen... ... einfach mal in Ruhe lassen, die R-Taste... ... da hab ich nicht drauf... ... und ich hab's dann so verkackt, weil ich da... ... alle beide Portale da oben hatte... ... ja, deswegen ja... ... ich kann nicht alle beide Portale da oben haben, ne... ... na doch, ich kann sie schon da oben haben... ... aber ich darf nicht halt da oben reingehen... ... nein... ... ist nix... ... ist nix... ... grübel... ... denk nach... ... ach, jetzt seh ich's doch... ... ich bin schon wieder so dämlich, ey... ... die Lösung war die ganze Zeit vor meinem Auge... ... nö, ich muss ja noch ein bisschen... ... äh... ... komplizierter denken... ... ne, ich seh schon, was ich machen muss... ... und jetzt? ... ey, das... ... das hat wirklich... ... da... ... hier muss man wirklich smart sein... ... ey, das gefällt mir... ... das gefällt mir... ... ja, leider bin ich nicht smart... ... das wollte ich dir damit sagen, ne... ... und jetzt kann ich mal die R-Taste aktivieren... ... na 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 na... ... das ist... das macht wirklich Spaß, ey... ... ich kann's kaum glauben... ... so, was macht das erst mal? ... gib mir einen Kugus... ... okay... ... das geht dann zu... ... hey, dankeschön... ... jetzt brauche ich aber diesen Kugus... ... das ist geil... ... das Map-Pack ist... ... ist genial... ... also der, der das gemacht hat, der hat... ... oh, scheiße... ... so... ... der, der das Map-Pack gemacht hat, der... ... der musste wirklich schon was... ... der musste wirklich hier denken... ... und ja, wie mach ich das... ... verdammt... ... scheiße... ... ja, genau das hab ich vermutet... ... genau das hab ich vermutet... ... genau das hab ich vermutet... ... ja, egal, ich hab so'n so... ... empfindet Leben, also... ... und ich starte so'n so hier... ... und ich geh da direkt drauf... ... scheiße drauf... ... na egal, ich starte so'n so hier... ... ich hab empfindet Leben... ... das... ... das ist gut, dass man hier empfindet Leben hat... ... weil sonst... ... ich würd's nicht aushalten, jedes Mal... ... hier irgendeine Scheiße zu machen hier... ... so, komm zu Papa... ... und stell mir's hier drauf... ... ja, das ist ja eigentlich noch nicht... ... da muss man nicht so viel nachdenken hier... ... mir gefallen diese Parts, wo man nachdenken muss... ... die sind... ... die dauern halt lang, aber... ... mir gefällt's einfach... ... boah, kann ich nicht irgendwo ein anderes... ... das Portal irgendwo anders hinsetzen... ... weil wirklich... ... das kann ja so nicht sein... ... ja, ich... ... ich merk grad's... ... ich weiß, wo ich hinter's hinsetzen könnte... ... aber egal... ... die Mario-Musik entspannt mich hier ein bisschen... ... eigentlich hab ich zwar in die andere Richtung gedacht... ... aber naja... ... was soll's... ... ist ja hier... ... also mach ich's immer so hier... ... ja, eigentlich... ... immer noch nicht mehr in die Richtung... ... oh, halt hell... ... so... ... na also... ... mhm... ... mhm... ... mhm... ... mhm... ... mhm... ... okay... ... also... ... also hier muss ich auf... ... und jetzt steht das auf immer... ... dritte! ... was soll denn das? ... Hä? Ähm ... ... ... Okay, das fällt dann durch und bleibt einfach dort, ey. Jetzt rüge ich mal nochmal drauf. M. Ah, ich schieße grad nicht wieder hier. Wenn ich dann durch springe, ne? Bin ich dann hier unten... Oh ja, das klappt hier sogar. Scheiße! Scheiße, ey! Okay, ich will mindestens noch Testchamber 5 schaffen. Dann mach ich dann erstmal Schluss für den Part. Aber es gefällt mir! Ich spiel jetzt glaube ich heute noch alle DLCs durch, weil... Die sind einfach genial! Ich hatte schon lange nichts mehr Neues vom Portal... Von dem Portal... äh... Feeling. Es gibt mir halt wieder dieses alte Portal-Feeling. Portal 2 bin ich schon durch. Die Custom-Maps hab ich noch gerade probiert von Portal 2. Falls es da welche geben... gibt. Aber... Mir gefällt das einfach viel besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, vielleicht doch das andere noch zu. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Okay. So. Haben wir das Testchen mal geschafft? Oh Gott, wir haben ja noch so viel auf uns... äh vor uns. Aber ich mach hier erstmal einen kleinen Cut. Weil wie ihm gefällt das? Ich will irgendwie gar nicht aufhören. Ich dachte so ja, nach dem... Nach dem normalen Step Yourself Map Pack höre ich erst erstmal auf. Und dann kommt noch mehr, ey. Das ist so genial. Naja egal. Dann würde ich sagen... Dankeschön, dass ihr mir zugesehen habt. Dankeschön für das tolle Map Pack. Äh... Ich hab den Namen vergessen. Tut mir leid. Und ja, dann würde ich erstmal sagen... Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Okay, Leute. Willkommen zurück zu diesem wunderschönen Map Pack von... Tut mir leid. Ich hab immer noch den Namen vergessen. Das ist echt peinlich, ey. Wenn man von jemandem das Map Pack LP't. Und dann den Namen nicht mehr weiß. Und hallo, wieso ich das jetzt... Ich weiß ja nicht mal, wie ich dort Portalen mache. Okay. Okay. Haha, genial. Okay, jetzt... Ja, wieso mach ich es mir eigentlich so schwer? Ich will ja nix... Nicht riskieren, dass ich hier reinfalle. Oh... Hab ich irgendwas verpasst hier? Nö, ne? Ich glaub, da kommen wir raus, oder? Eben nicht. Und was zur Hölle geht da oben ab? Ich glaub, da hat er Langeweile gehabt. BAMPS, au. Und hier hört ihr, dass das Bild hängt. Und ihr könnt nix hören. Ihr könnt nix sehen, meine ich. Das Bild hängt und ihr könnt nix sehen. Ja, schade für euch. Pech. Ha, Scherz, nein. So, ich seh's schon. Hier und... Achso, ich bin hier versunken. Ach, da ist ne Röhre. Okay, Kubus, du kannst mitkommen. Wow. Oh, jetzt hab ich... Aha, egal. Wenn ich jetzt hier runtergehe, passiert mir nix. Okay. BAMPS. 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 Raus. Lol. Und wie soll ich jetzt hier vorbeikommen? Ach. Okay, das war wohl ein bisschen... Oh shit. Ja, okay, dann... Bitte kill mich. Nein, du nicht! Er hat mich gekillt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, ich war schon wie zu langsam hier. Naja, ich hab noch so... Wie viel Leben hab ich noch? 9999? 999,999? Scheiße, ich trau mich nicht, das zu drücken. Ja, meiner springt nicht, cool. Er springt nicht, wenn ich auf spring drücke, das ist, äh, nicht sehr schön. Anzusehen, wie Mario einfach vor meinen Augen stirbt. Ich glaube, ich sollte hinter dem bleiben. Weil vor dem, da ist die Störung jetzt schon ein bisschen zu träge. Das war ein bisschen zu träumen, das war ein bisschen zu träumen, das war ein Exit, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, da war ein Exit, ich hab's schon belesen gekönnt. Götz. Götz. Fuck you. Exit. Exit! Mario, wir sind raus. Ich finde immer noch seinen hellblauen Anzug übelst geil bei Mario. Ah ja, das Exit. Ich hätte was richtig Episches draus machen können, aber ich mache was. Was ist denn das? Ist das der Ausgang oder was? Ja. Und dann raus auf die Mushroom World. Jo, da habe ich... Ja, finde ich das Map Pack. Dankeschön, Dankeschön. Ich nehme die Blumen später an. Gucken wir mal noch, was für ein DLC uns zur Verfügung steht. Ja, ich weiß schon, Dankeschön. Select Map Pack. Ja, aber was ist das hier? Kann ich das nicht runterschieben? Ne. Science and Stuff. Also Xero, das Map Pack war schön. Ähm...